Hey Leute, willkommen zurück in einer neuen Woche, ich präsentiere euch heute das Homeworkout für Montag den 20.04. Wir legen los für das Warmup mit 27 Squats, das heißt jeder Squat ist anders. Wir starten im normalen Stand, drehen dann die Füße raus, rein, dann starten wir im weiten Stand, raus, rein und dann gehen wir nochmal in den engen Stand, wieder raus, rein und das Ganze auch noch zusätzlich versetzt. Also, kurz einmal was ich meine, ihr kennt es ja schon von letzter Woche, erstmal im normalen Stand ein Squat, dann drehen wir die Füße raus, wir drehen die Fußspitzen rein, dann setzen wir den rechten Fuß ein Stück vor und machen das Ganze wieder, das heißt Füße sind parallel, Füße sind rausgedreht und Füße sind reingedreht. Dann das Ganze mit der linken Seite, so dass ihr letztendlich alles einmal durch habt. Wenn ihr das habt, geht es weiter mit drei Runden von zehn Scapular Push-Ups, das heißt rein in die Gestützposition, Core bleibt fest, Schultern raubf und runter, Arme bleiben gestreckt. Dann lassen wir noch die Arme kreisen, fünfmal vorwärts, fünfmal rückwärts und dann fünfmal entgegengesetzt in die eine Richtung und fünfmal entgegengesetzt in die andere Richtung. Plus zehn Jump Squats, Hüfte sollte ja schon relativ warm sein durch die 27 Squats. Wenn ihr das habt, kommen wir heute zu unserem mega fetten Workout. Wir legen immer los mit einem Buy-In, gefolgt von drei Runden. Was ihr dafür braucht, ist eine Dumbbell bestenfalls oder eine Kettebell oder was ihr sonst habt. Letztendlich können es auch einen Stein reichen. Ansonsten kommen heute noch Double-Under drinnen vor. Die Double-Under könnt ihr natürlich entweder die 100 Double-Under machen oder 200 Single-Under oder wenn ihr keinen Springseil habt oder es der Platz wie bei mir hier im Keller nicht zulässt, macht einfach 50 Jumping Jacks stattdessen. Okay, dann legen wir los. Also wie gesagt, als erstes kommt das Buy-In mit den Double-Under oder Jumping Jacks, gefolgt von 30 Dumbbell Press und zwar nur mit einer Dumbbell. Dafür gehe ich hier runter, kommt drauf, zack in eins hoch. Das ist ein Dumbbell Press. Dann mal von vorn, hier hin, zack und hoch. Wenn ihr das habt, geht es dann weiter mit drei Runden auf Zeit. Zehn Dumbbell Handcluster. Das heißt, ich nehme die Dumbbell erst einmal hoch, runter, rauf, hier wieder hin, runter, rauf. Fünf die Arme, sodass wir auf zehn Gesamt kommen, gefolgt von zehn Pistols. Oder aber Step-Ups plus Jump. Das heißt, ihr tretet auch was rauf und machen nur zusätzlich den Sprung dazu. Oder je nachdem, ihr könnt auch die Pistols ein bisschen skalieren, indem ihr euch entweder auch von vorne festhaltet oder noch etwas unter euren Hacken packt. Dann habt ihr fünf Minuten Pause, dann wieder das gleiche Bein wie vorhin. Nur, dass wir diesmal nur noch 20 Dumbbell Press machen. Und dann kommen wieder drei Runden. 20 Dumbbell Hang Clean Empower Jerk. Das heißt, wieder die Dumbbell einmal hoch. Clean und Jerk. Clean und Jerk. Dann müsst ihr zehn die Arme machen, gefolgt von 20 abwechselnden Jumping Lunges. Dann wieder nach den drei Runden fünf Minuten Pause. Und dann gleiche Bein wie eben auch schon. Nur, dass ihr diesmal nur noch zehn Dumbbell Press macht. Gefolgt von 30 Dumbbell Hand Cleans. Das heißt, wieder 15 die Arme. Einmal hoch die Dumbbell. Und dann im cleanen Fang aufstehen. Im clean Fang aufstehen. Gefolgt von entweder 30 Air Squats. Oder aber wer es ein bisschen härter mag, der macht doppelt Squats stattdessen. Das war's schon für heute. Ich glaube, das Workout hat es absolut in sich. Und er schätzt es nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß. Die Arkische Musik. Ich bin binят guys. Ja.